Erstes ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 25. Oktober, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision. OMGV Markler Award 2023 – Entlass sind die Preisträger Der OMGV Markler Award wurde am ersten Tag der TKM zum bereits sechsten Mal verliehen. Die Preisträger in diesem Jahr sind Finanzstarter mit ihrem Instagram-Finanzbildungskanal in der Kategorie Social Media Content Marketing. Thorsten Günther mit seinem Geldpilot24-Konzept für Rollstuhl-Rugby in der Kategorie Zielgruppe. Der Award für Kundenbewertung geht an Covago mit dem Review-Forrest-Ansatz. In der Kategorie Neue Wege, Neue Medien wurde Steffen Moser für seine Aktivitäten rund um die Marke der Familienbeschützer ausgezeichnet. Wir gratulieren auf diesem Weg einem Preisträger. Lebensversicherer nicht gewappnet für größten Vermögenstransfer der Geschichte Die größte Herausforderung für Lebensversicherer besteht derzeit darin, inmitten des größten Vermögenstransfers relevant zu bleiben. Derzeit besitzen Versicherungsnehmer über 65 Jahre 40% des verwalteten Vermögens der Versicherer. Um dies zu schützen, sollen sich Versicherer vorrangig um reiche und wohlhabende Verbraucher kümmern. Dieses Segment hat den größten Bedarf an eilisgerechten Lösungen, denn mehr als 75% wünschen sich innovative Lebensversicherungsprodukte. Allerdings verfügen nur 27% der Versicherer über die fortschrittlichen Produktentwicklungskapazitäten, um diese anzubieten. Das geht aus dem World Life Insurance Report 2023 des Cape Community Research Institute hervor. Zurich und Mediamarkt Saturn verlängern. Zurich Gruppe Deutschland und die Deutsche Landesgesellschaft von Mediamarkt Saturn verlängern und erweitern ihre exklusive Partnerschaft. Diese soll bis mindestens 2035 verlängert und weitere Versicherungsangebote ausgeweitet werden. Maxpool Bestandsbörse öffnet für externe Makler. Um den eigenen Vertriebspartnern eine einfache Möglichkeit für den Kauf und Verkauf von Versicherungsbeständen zu ermöglichen, launchte Maxpool Anfang dieses Jahres die Bestandsbörse. Aus dem erfolgreichen Start steht die Plattform nun auch externen Maklern offen. Talangst hebt Gewinnprognose an. Der Talangst-Konzern erbattet aufgrund eines starken operativen Ergebnisses, insbesondere in der Erstversicherung für die ersten neun Monate des Jahres 2023, einen Jahresüberschuss von mehr als 1,25 Milliarden Euro. Auf dieser Basis hebt der Vorstand der Talangst AG die Prognose für das Gesamtjahr 2023 an und geht nunmehr von einem Jahresüberschuss in Höhe von deutlich über 1,5 Milliarden Euro aus. Die Hallesche Krankenversicherung erweitert ihre betriebliche Krankenversicherung. Am 1. Januar 2024 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern umfassende Vorsorgeuntersuchungen und Schutzimpfungen anbieten. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 25. Oktober. Das ist hier von EB Pro. Die Lösung für Bestand und Provision. Die Lösung für Bestand und Pro officer واستs Verfahren Die Lösung ist mein Ärzt quero undar uns perguntig, den 25. – photonisch wereldsğı und thür slopes consciente. Die Lösung für Bestand und Provinci. Die Lösung für Bestand und Provinci. Die Lösung für Bestand und Provinci.